Heute im Test das Viltrox 50mm 1.8 STM, verfügbar für den Sony E-Mount, wie ihr sehen könnt an der Sony Alpha 7 R4 und auch das Nikon Z-Bajonett. Was das Objektiv kann für einen relativ günstigen Preis, muss man sagen, das erfahrt ihr jetzt im Test. Schauen wir uns erstmal das Viltrox 50mm 1.8 ein bisschen aus der Nähe an. Das Objektiv bringt 390 Gramm auf die Waage, ohne Streulichtblende, aber ist aus Kunststoff, wiegt jetzt nicht so viel. Hier auf der Rückseite am Beinnet seht ihr eine kleine Besonderheit, aber bei fast allen Viltrox Objektiven vorhanden. Einen USB-Anschluss, hier jetzt endlich USB-Typ C. Könnt ihr nutzen, um Firmware-Updates aufzuspielen. Viltrox bringt auch verhältnismäßig viele Firmware-Updates für seine Objektive raus. Also im Schnitt alle 2-3 Monate kommt da irgendwas, vor allem wenn sie neu sind. Ich habe natürlich vor dem Test auch das Neueste draufgespielt, gerade in Sachen so Autofokus oder kontinuierlicher Autofokus, da tut sich in der Regel noch ein bisschen was. Primär aus Metall gefertigt, also wieder tolle Verarbeitung, inklusive Blendenringen. Einzig negative, wieder mal, ihr habt keine Rasterung zwischen Blende 1, 8 und Blende 16, also kein Klick oder so drin. Ihr müsst also im Suche dann immer schauen, was ihr eingestellt habt. Es gibt einen ganz, ganz kleinen Widerstand zwischen Automatik und Blende 16 und das Klick dann hier hinten rastet ein. Aber ihr habt auch keine Möglichkeit, das jetzt zu locken bei der Automatik. Also das könnte man gerne überarbeiten, aber es scheint einfach das aktuelle Viltrox-Standard-Design zu sein. Das hatten wir jetzt schon bei so vielen Objektiven, die alle sehr ähnlich aussehen. Auf der Vorderseite habt ihr dann noch das Filtergewinde mit 55 mm Durchmessern, also relativ normal. Und dafür, dass es ein Vollformat-Objektiv ist mit Blende 1, 8, auch ziemlicher Durchschnitt. Jetzt aber zur Bildqualität des Viltrox 50 mm 1, 8. Alles getestet an der Sony Alpha 7 R 4, also einer 60 Megapixel-Vollformat-Kamera. Im Bildzentrum bei Blende 1, 8 ist jetzt nicht sonderlich scharf und man hat auch schon so an Kontrastkanten, so eine Art chromatische Aberration, wobei ich mir das nicht ganz erklären kann, woher das jetzt kommt. Vielleicht irgendwie am Coating, was für Reflektionen oder so sorgt oder die halt nicht richtig rausschluckt. Da muss man schon Richtung Blende 2, 8 gehen, damit es wirklich ein ordentlich scharfes Bild wird. Aber ich sage mal, für so ein 50 mm 1, 8, gerade wenn man Richtung günstigere denkt, ist es jetzt nicht ganz ungewöhnlich, das Verhalten. In den Bildecken wird es auch nicht besser, da hat man auch schon ordentlich chromatische Aberrationen mit drin und ja, wie so eine Art Doppelkontrast oder so eine Kante irgendwie im Schatten drin. Ihr seht es ja, also sieht jetzt nicht so schön aus, auch da muss man ordentlich abblenden, so Richtung Blende 2, 8 bis 4 eher schon, damit es dann richtig knackscharf wird, aber es wird dann auch knackscharf in den Bildecken. Das ist dann also soweit unproblematisch, aber wie gesagt, da darf man jetzt nicht von, weiß nicht, Ansprüchen eines Sigma 50 mm 1, 4 oder so ausgehen oder anderen Premium Objektiven, die sind da doch nochmal ein Stück besser. Muss natürlich immer sehen, so Kompaktheit, Größe, das alles Preis in Verhältnis setzen. Und ich denke, dafür ist es in Ordnung. Da fand ich das 24 mm zum Beispiel viel, viel schlechter von Viltrox. Das wurde ja auch durch Abblenden nie so richtig scharf und das überkommt man durch, sag mal, moderates oder gewöhnliches Abblenden eigentlich auf eine gute bis sehr gute Bildqualität dann auch schon nochmal hochgetrieben. Andere Bereiche, Verzeichnung ist, okay, es gibt kein, also es ist ein Korrekturprofil drin. Ob das ist jetzt richtig rauskorrigiert, setze ich mal ein Fragezeichen ran. Denn Vignettierung ist relativ moderat, so mit anderthalb bis zwei Blendenstufen, also das, was man von vielen lichtstarken Festbrennweiten irgendwie kennt. Ziemlich homogener Verlauf, also das lässt sich zur Not auch noch einfach rauskorrigieren. Das ist soweit gar kein Thema. Eine Krankheit in Anführungszeichen, die Viltrox immer drin hat, ist die Naheinstellgrenze. Denn ihr habt mal wieder einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 10, kommt ja also gerade mal knapp auf einen halben Meter ran. Das behindert einen denn oft schon. Also wenn ihr jetzt irgendwie mal so Großaufnahme vom Auge oder so machen wollt, ist eher nicht. Auch andere Bereiche werden da eher schon schwer. Also das finde ich immer ein bisschen schade bei Viltrox, bei ihren Festbrennen oder allgemein bei allen Objektiven. So 1 zu 10 ist den Abbildungsmaßstab, den man meist gerade mal schafft. Und ich finde, das schränkt einen schon ein bisschen ein. Beim Film will man vielleicht mal näher ran. Vielleicht will man auch mal ein Produktfoto machen und eine Blume aufnehmen oder, oder, oder. Wo wir jetzt nicht ein Makro gerade brauchen, auf 1 zu 1 zu kommen. Aber so sagt so 1 zu 4, 1 zu 5, 1 zu 6, das wäre ganz nett. Aber 1 zu 10 ist wirklich schon ein sehr, sehr großer Abbildungsmaßstab und macht es für mich ein bisschen unflexibel. Muss aber jeder selber wissen. Für normale Porträts ist es natürlich absolut unproblematisch, damit dann zu arbeiten. Jetzt natürlich der bei uns schon obligatorische Autofokus-Test mit dem Viltrox 50mm 1.8 STM. An der Sony Alpha 7 R4, kontinuierlicher Autofokus mit Augen-Autofokus-Tracking und so weiter eingestellt. Und ich muss sagen, wie eigentlich jetzt schon gewohnt bei Viltrox, macht der Autofokus einen wirklich guten Dienst. Das war nie eine große Schwäche, schon das allererste Viltrox, das ich hatte, das 85mm 1.8 STM, war da wirklich gut. Das war noch deutlich größer vom Design als die neue Serie jetzt. Aber wie gesagt, ich finde, kann man wirklich nicht meckern. Ein toller Autofokus, schön zum Nachführen, wirklich sehr, sehr weich. Also macht man gut und natürlich dementsprechend auch zum Fotografieren überhaupt kein Problem, damit irgendwie zu arbeiten. Da hatte ich jetzt keinen nennenswerten Ausschuss mit dabei. Also, wie gesagt, ziemlich guter Autofokus mit drin, keine Bildstabilisierung. Und solltet ihr mal irgendein Problem haben, einfach auf die offizielle Viltrox-Webseite gehen und mal im Bereich Support- oder Firmware-Updates oder so reinschauen, ob es für das objektiv ein Update gibt. Dann einfach an den Rechner anschließen. Das meldet sich wie so eine Art Mini-USB-Stick mit ein paar Megabyte Speicherplatz an. Da kopiert ihr dann nur noch das Firmware-Update-File rein und dann meldet sich das einmal ab, ist aufgespielt. Und das behebt in der Regel die meisten Probleme, die ihr vielleicht irgendwie haben könntet. Wie gesagt, ich würde einfach mal reinschauen, wenn ihr Probleme habt oder allgemein, wenn ihr es bekommt. Das kann vielleicht nochmal die eine oder andere Sache ein bisschen verbessern. Fazit zum Viltrox 50mm 1.8 STM. Um die 400 Euro zahlte für gewöhnlich für das Objektiv. Ist jetzt nicht extrem günstig, wie so manch anderes. 50mm 1.8 dieser teilweise schon für um die 100 Euro gibt. Stichwort Kenan-Joghurt-Becher oder 200 Euro, denn irgendwie bei Nikon oder so, gerade zu DSLR-Zeiten. Und jetzt für spiegellose Systemkameras ist es eher schon ein sehr normaler Bereich. So um die 300 bis 450 Euro für die 50mm 1.8. Ging auch da ordentlich nach oben. Die haben dann aber auch in den seltenen Fällen schon ein Metallgehäuse. Also da hebt man sich dann schon ein bisschen ab. Und wenn ich jetzt mal sage, Metallgehäuse mit auch allgemein wirklich guter Verarbeitung, die ganzen Firmware-Updates, die reinkommen. Dafür ist dann die Bildschärfe, die ihr rausbekommt, auf einem guten bis sehr guten Niveau. Wie gesagt, keine Frage, das geht besser. Vor allem bei Offenblende 1.8 oder teilweise noch 1.4. Wenn ihr da mehr Geld ausgibt, bekommt ihr garantiert bessere Objektive. Die sind dann auch ihr Geld auf jeden Fall wert. Wenn man es als Kompromiss sieht, Preis, Größe, Gewicht, Bildqualität, glaube ich, hat Wildroxy trotzdem einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und auch der Autofokus, habt ihr ja gesehen, ist wirklich gut, auch zum Filmen tauglich. Also ich glaube, da hat man jetzt ein rundum gutes Paket irgendwie gefunden. Das Objektiv gibt es schon ein paar Tage mittlerweile auf dem Markt. Vielleicht haben sie auch schon ein paar von euch im Einsatz. Schreibt doch mal gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare hinein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020